Heute testen wir mal das Big Bang vom Aldi für 1,99€ mit insgesamt 50 Teilen. Wir haben hier einmal die Chinaböller A, die Silberkracher, zweimal Pyrocracker, einmal die Chinaböller B, die Superböller 1 und zweimal die Chinaböller D. Dann testen wir jetzt die ganze Sache mal, machen pro Packung jeweils 2 Böller und dann würde ich sagen los geht's. Ich beginne mit dem Pyrocracker. War nicht schlecht. Ich nehme noch einen zweiten. Wir sind wirklich sehr gut. Jetzt der Silberkracher. Naja, geht besser. Da waren die mit Reibkopf besser. Naja, der war nicht schlecht. So jetzt der Chinaböller A. Schnipseln auch sehr schön. Und noch den zweiten. Ja, die sind gut. So dann geht es weiter mit den Chinaböller B. Fliegen die Schnipseln. Das war ein Verpuffer. So. Jetzt der Chinaböller D. Der war sehr gut. Und jetzt zum Schluss noch die Superböller 1. Der hat richtig gedrückt. Und noch einen zweiten. So, das war's. Also das ganze Set gibt's für 1,99. Kann man jedes Jahr nur weiterempfehlen. Aber jetzt wer springen Sie. Okay. So, ich weiß noch alles. Vielen Dank.